Hi, mein Name ist Laszlo und ich habe etwas ganz Besonderes für euch dabei. Die 10065 von Moldking. Ein Buddelschiff ist das hier vor mir. Unschwer zu erkennen, nicht unbedingt eine Art Set, die man im Klemmbaustein-Format erwarten würde. Außer man kennt sich im Lego Ideas Sortiment aus. Dort gab es selbstverständlich das Flaschenschiff aus dem Jahr 2018, die 21313. Später dann neu aufgelegt, 2021 als 92,177. Das Schiff von Lego ist ein bisschen bunter. Hier das kommt monochromatisch daher, schwarz auf schwarz, mit ein paar ganz wenigen goldenen Akzenten. Das liegt daran, dass Moldking sich gedacht hat, hey, wir lehnen uns ein wenig an Fluch der Karibik an und lassen uns von der Black Pearl inspirieren, vorsichtig formuliert. Das merkt man. Das Schiff an sich ist ein cooler Bild. Die Flasche, so von der Idee natürlich auch, finde ich cool, wie es dann aussieht im Ganzen. Der Weg dahin, der ist reichlich schmerzhaft und mit sehr viel Frust gepflastert, zumindest was die späteren Bauschritte angeht. Komme ich gleich zu. Vorher, kurzer Hinweis, wir haben hier 2206 Teile und dieses Set kostet euch bei Amazon 75 Euro und bei Barrier, da habe ich es auch gekauft, rund 60 Euro. Wenn ihr möchtet, kauft es gerne über die Links in der unten stehenden Beschreibung. Dann unterstützt ihr gleichzeitig meinen Kanal. Und wenn ihr sagt, hey, deinen Kanal unterstütze ich eh gerne, was kann ich tun? Klick unten auf den Abo-Button, wäre eine klasse Sache. Vielen Dank dafür. Und dann gehen wir direkt rein. Normalerweise würde ich euch jetzt natürlich die Box zeigen. Da ich das Set bei Barrier gekauft habe, geht das nicht. Dafür habe ich die Anleitung dabei. Anscheinend hat man sich auch beim Lego 18 Plus Design ein bisschen was abgeguckt, hier bei Mold King. So sieht es zumindest auf der Front aus. Einfach nur das Buddelschiff. Auf der Rückseite geht es auch ein wenig nautischer zu. Da haben wir dann so ein bisschen Seefahrer-Optik, Seekarten-Optik. Das sieht dann ganz nett aus. Ist ein bisschen schade, dass sie das nicht durch die ganze Anleitung gezogen haben als Hintergrund oder so. Aber wenn man ehrlich ist, kann man das von einem alternativen Klemmbaustein-Hersteller, jedenfalls von Mold King, vielleicht auch nicht unbedingt erwarten. Nett gewesen wäre es allemal. Wir haben rund 280 Bauschritte. Und gerade zu Beginn, so ungefähr bis Bauschritt 114, beschäftigen wir uns ausschließlich mit dem Piratenschiff hier im Inneren. Da bauen wir erstmal einen recht stabilen Korpus mit vielen Brackets. Und an den setzen wir dann die Außenhülle dran, in schwarz, wie ihr sehen könnt. Ich blende euch das auch so ein bisschen ein, weil ich das Schiff wahrscheinlich hier in der Buddel relativ schwer gezeigt bekomme. Das Schiff ist in vollem Gefecht anscheinend, denn die Kanonen sind aktiviert. Man sieht hier und da Rauch rauskommen aus den Kanonen. Wir sehen an Deck die Segel natürlich sehr cool. Vom Bau her ein bisschen ungewohnt, weil das wieder so eine Art Bauschritt ist, wo man die Stange 1 zu 1 auf die Anleitung legt und dann genau gucken muss, wo schiebe ich die einzelnen Elemente hin. Ist nicht meine Art zu bauen, mag ich nicht besonders gern. Aber es sind drei Segel gewesen, das war jetzt nicht das Thema hier. Und ja, wenn ihr diesen Korpus fertig habt unten, dann setzt ihr das Deck erst überhaupt drauf. Das baut man dann einzeln und fährt dann fort mit dieser Kapitänskajüte. Das ist recht detailreich sogar. Wir haben ein kleines Steuerrad. Wir haben eine kleine goldene Mini-Figur, Nano-Figur, glaube ich, ist das. Oder Micro-Figur. Ihr wisst es besser als ich. Zwei Treppen, die rauf führen, eben zur Brücke und auch am Oberdeck sind einige Kanonen unterwegs, die ebenfalls aus vollen Rohren feuern. Also richtig was geboten. Alleine schon am Schiff, das wirklich so für sich genommen schon ein ganz cooler kleiner Bild ist, für den man irgendwie so, was weiß ich, 20, 25 Euro vielleicht bei Lego hinlegen würde. Seien wir ehrlich, bei Lego wären es wahrscheinlich ein 50-Euro-Set. Und dieses Schiff kommt dann in die Flasche. Und ihr kennt das alte Spiel ja, wie kommt so ein Schiff in die Flasche? Nun, in dem Fall nicht in Einzelteilen, sondern am Stück. Und das Problem ist hier auch, wir bauen die Flasche recht früh schon um das Schiff herum. Das ist ein bisschen schade. Das heißt, wir können hinterher dieses Schiff auch nur sehr schwer noch aus der Flasche rausbekommen. Klar, ich kann hier den vorderen Teil komplett abnehmen, aber es ist innen drin aufgenobbt und das auf einer recht komplexen Konstruktion, die sehr fragil ist. Und dementsprechend will ich es mir ehrlich gesagt nicht antun, es rauszuholen, zumal auch die Masten so hoch sind, dass sie wirklich an die Scheibe, in Anführungszeichen, oder ans Glas, wenn man so möchte, stoßen. Und dementsprechend würden sie sich hier verhaken, dort, wo die Noppen eben reinragen. Das heißt, das Schiff ist da drin und ohne, dass ihr die ganze Flasche auseinandernehmt, bekommt ihr das auch nicht mehr raus. Die angesprochene fragile Konstruktion findet so ab Bauschritt 3, glaube ich, statt. 137 fortfolgende, also Bauabschnitt 3 und dann Bauschritt 137 folgende. Da werden aus einmal X-Plates in Trans Light Blue, glaube ich, wird da so ein Rahmen gebaut, der allerdings nur an 2-3 Punkten miteinander verbunden ist, die beiden Seiten dieses Rahmens. Dadurch ist das in sich etwas wackelig und die Noppen gehen dann gerne mal, wenn ihr noch was drauf drückt, lösen die sich wieder. Das liegt nicht an der Klemmkraft, sondern an der Konstruktion. Und ihr baut dort eben dann so eine Art Bugwelle. Das heißt, ihr setzt sehr viele weiße Slope-Elemente drauf, ihr habt kleine, so weiße Fahnelemente und sogar Engelsflügel. Das ist ziemlich cool gemacht, so von der Idee, gefällt mir echt gut. Und die zieht ihr eben einmal um diesen Rahmen rundherum und auf den wird dann hinterher das Schiff gesetzt. Das ist schon nervig genug und dann soll das eben nochmal genau an die richtige Stelle innerhalb der Flasche und spätestens da muss man echt so ein bisschen ausprobieren. Denn wenn ihr das Schiff zu weit nach vorne setzt oder zu weit nach hinten auf diesem Rahmen, dann stößt eben, wie gesagt, oben der Mast genau auf so eine Naht hier und die ragen halt so ein Stück rein und dann geht das nicht. Das heißt, ihr müsst das Schiff dann weiter nach hinten versetzen. Ist nicht halb so angenehm, wie es vielleicht jetzt hier klingt, beziehungsweise es ist locker doppelt so frustrierend, wie das jetzt vielleicht für euch klingen mag. Ich habe eine Menge Geflucht dabei. Das lag nicht daran, dass die Bauschritte unfair gewesen wären oder nicht verständlich, sondern weil das halt eine recht fragile Konstruktion ist, drückt man immer was links und rechts mal lose. Und ja, ein Klassiker, mit ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl kommt mir da vielleicht besser klar. Es ist definitiv nichts, was man handwerklich nicht hinbekommt. Das vielleicht ganz wichtig zu erwähnen. Wenn ihr einen großen Teil dieser Flasche gebaut habt und zu der komme ich gleich gesondert, kippt ihr 800 1x1 Stuts in, ich weiß es nicht, Light Blueish, ne, Light Trans Blue oder Trans Blue Light oder Trans Light Blue. Ich weiß nicht, wie der Farbton heißt, jedenfalls kippt ihr 800 Stuts rein. Das heißt natürlich auch, 2206 Teile haben wir, davon alleine locker 800 solcher 1x1 Stuts. Das relativiert natürlich den Teilepreis und das Verhältnis hier so ein bisschen. Die kippt ihr rein, das ist dann das Wasser, das schüttelt ihr so ein bisschen durch, dass sich das verteilt. Das geht recht gut. Und ja, dann haben wir die Flasche an sich. Und die setzen wir zusammen, zunächst mal unten aus so einem Boden. Das sind jede Menge transparenter Plates, die ihr erstmal als Boden setzt. Und dann werden solche großen Fensterelemente da drum herum gesetzt. Das sind locker irgendwie 18 Stück oder so, wenn nicht mehr. Vielleicht sogar 24 dann in Summe. Ich überlege gerade, ob das doch müssten 24 sein. Also wirklich große, transparente Teile. Und wenn die jetzt hier so ein bisschen angelaufen aussehen sollten, und ich befürchte, dass im Scheinwerfer liegt, dann liegt das vor allen Dingen an meinen Patschefingern, wenn das jetzt ein bisschen usselig aussieht, und weniger an der Qualität. Die ist tatsächlich in Ordnung. Das sind nicht die krassesten transparenten Scheiben, die ihr je gesehen habt. Die haben ein paar Kratzer und sind auch hier und da mal ganz leicht angelaufen. Aber im Wesentlichen geht das hier klar. Die kamen immer so zu, ich weiß nicht, vier, fünf Stück verpackt in einzelnen Beuteln daher. Das hat die Kratzerzahl etwas minimiert. Und die waren auch recht eng gepackt, sodass da nicht so viel Spiel war. Geht also in Ordnung von der Warte aus. Man kann gut reingucken. Ich habe da jetzt kein Problem mit. Ich hoffe, wie gesagt, man kann es ganz gut erkennen. Der Bau ist ein bisschen nervig. Man muss höllisch aufpassen, was man tut, weil man immer mal wieder auf bestimmte Abschnitte hier dann nochmal Transclear Plate setzen soll. Und das erkennt man natürlich auch nicht so super gut in der Anleitung dann zum Teil. Also hier vor allen Dingen in diesem Mittelteil. Hier setzt man einfach nur die Scheiben aufeinander. Das ist ein bisschen verwirrend. Und ja, sorgt nochmal für den ein oder anderen Fluch. Vor allen Dingen, weil ihr das ja um dieses fragile Schiff herum bauen müsst. Und dann schnell mal das Risiko ist, dass ihr zu feste drückt und euch das ganze Ding um die Ohren fliegt. Ist mir nicht geschehen. Ich sage nur, man hat die ganze Zeit diese Befürchtung, dass das passiert. Ganz zum Schluss bauen wir dann diesen vorderen Teil hier, Deckelbereich. Das ist dann so ein Stopfen, der da noch drauf gesetzt wird. Und so kann man dann auch mal in die Buddel reinschauen. So sieht das aus. Ja, dann habt ihr die Buddel fertig. Die ist enorm groß tatsächlich. Also das, das muss man klar sagen. Das habe ich nicht so vermutet. Ich weiß nicht, was ich erwartet habe, aber sie kommt mir doch sehr massig vor. Also das ist nicht was, was man eben in eines der schmaleren Regalbretter reinstellt. Da brauchen wir schon ein bisschen Platz für. Und ja, wenn man das hinter sich hat, dann bauen wir noch den Standfuß. Und der ist tatsächlich auch super cool, weil recht massiv aus einer ganzen Menge brauner Teile. Also hier dieser Boden ist komplett massiv. Und dann haben wir hier ein bisschen Hohlraum. Aber sehr cool auch nochmal von den Bautechniken her. Snotbauweise natürlich wieder umgesetzt wird. Wir haben diese kleinen Kanonen hier vorne noch stehen, die auch aus vollen Rohren feuern. Und natürlich noch diesen kleinen Totenkopf als eine Art Plakette vorne drauf. Richtig cooler Bild alleine dieser Standfuß. Die Fliesenqualität ist nicht die allerbeste. Das muss man fairerweise sagen. Also so ein bisschen matt und stumpf sind die schon. Ich hoffe, man kann es vielleicht so ein bisschen erkennen. Das ist nicht optimal, aber im Alltag denke ich, geht es in Ordnung. Ich fand jetzt alleine von den Bautechniken, die verwendet wurden, so als Inspiration, das schon recht nett. Und dann wird das hier so draufgesetzt. Es gibt die Möglichkeit, das aufzunoppen. Hier sind einmal auch quergestellt nochmal die Möglichkeiten, eben da, oder haben wir da nochmal noppen. Und unten haben wir solche Scheinwerfer-Bricks an zwei Stellen eingesetzt, die auf der Rückseite eben eine Noppenaufnahme haben. Und dann kann man die Flasche hier auch irgendwo aufnoppen. Ich habe es nicht hinbekommen, weil ich das nicht richtig ausgerichtet bekomme. War für mich jetzt auch nicht so schlimm, weil ich es euch ja zeigen wollte. Aber so kann das dann ins Regal. Ganz vergessen übrigens, wir haben noch so ein paar Einzelteile, die etwas kurios sind. Davon brauchen wir eigentlich nur zwei Stück. Ich weiß gar nicht mehr, was es war, ehrlich gesagt. Ne, habe ich vergessen. Aber das ist so eine Art Küchenarsenal. Wir haben hier einen Mixer drin und ein Backblech und einen Pfannenbänder und so. Passt nicht wirklich zu einem Schiff. War halt noch dabei, wollte ich euch gerade noch gezeigt haben. Und dann ist es das. Es ist ein recht interessantes Set. Spannend von den verwendeten Bautechniken. Herausfordernd, vor allen Dingen was die Frustrationstoleranz angeht. Nicht so sehr, dass es irgendwie nicht machbar wäre oder man um drei Ecken denken muss. Aber man muss so ein bisschen in sich ruhen. Es war für mich nicht der entspannteste Bau. Aber das Ergebnis ist eigentlich ganz cool geworden. Es ist nicht mein Lieblingsset. Mir ist die Flasche zu wuchtig. Also so richtig, dass ich sage, ich stelle mir das jetzt auf den Schreibtisch oder so. Na, das ist jetzt mein persönliches Empfinden, mein persönlicher Geschmack. Aber wenn ihr sagt, ey, ich finde das sieht cool aus, gefällt mir rein optisch, dann macht ihr sicherlich nichts damit falsch. Und damit würde mich sehr interessieren, ob ihr sagt, hey, ich habe das Ideaset von Lego schon versucht, fand ich cool. Ich habe vielleicht beide schon versucht, gab es da Unterschiede? Das fände ich ganz spannend. Und ist das was, was ihr euch eben für dieses Flaschenschiff, um es ins Regal zu stellen, kauft? Oder wo ihr sagt, nee, aber ich hätte gerne diese ganzen Scheiben oder sonst irgendwelche Elemente hier draus? Dann lasst mich das gerne mal wissen in den Kommentaren. Würde mich echt interessieren. Ansonsten hoffe ich, ihr hattet ein bisschen Spaß mit dem Video. Wenn dem so ist, lasst mir gerne ein Like oder ein Abo da. Und dann sehen wir uns ja vielleicht beim nächsten Mal schon wieder. Bis dahin, habt eine super Zeit und bleibt gute Menschen.